Musik Servus liebe Freunde der gepflegten Warthold Unterhaltung, ich bin Raibu und herzlich willkommen zu einem neuen Replay. Ja es ist Sonntag, das heißt hier ist eure Bühne sozusagen. Heute sind wir mit Sharky83 unterwegs, das ein oder andere Replay gab es von ihm schon mal, aber warum zeige ich ihn euch heute? Einfach weil er im RU251 unterwegs ist. Wir sind im Vorherrschaftsmodus auf Polen und was Sharky hier macht, er fährt gerade hier mal komplett außen rum. Um quasi auf der C-Linie, die man hier jetzt auf der Map nicht sieht, auf der Charlie-Linie, hier Gegner zu bekämpfen. Beziehungsweise sie sicherlich auch für sein Team zu spotten. Vorherrschaftsmodus, ihr wisst es, drei entsprechende Flaggen zum Cappen. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob der Sharky den T29 da unten gespottet hatte. Sah eher so aus, als wenn er gerade die Entfernung messen wollte, aber das sieht man hier leider im Replay nicht. Man sieht es auch leider im Replay nicht, wenn jemand einen Gegner spottet. Der RU251 hat im Spiel einen doch sehr zweifelhaften Ruf. Ist meiner Meinung nach immer noch einer der besten Premium-Panzer im ganzen Spiel. Wenn ihr euch das Ding holt, könnt ihr damit definitiv nichts falsch machen. Aber ich sag's euch gleich, dieser Panzer hat einen sehr, sehr speziellen Spielstil. Das liegt einfach daran, dass er quasi eigentlich so überhaupt gar keine Panzerung hat. Er lebt aber sehr von der Spotting-Funktion, die er hat. Die 90mm-Kanone, die noch mitkommt. Einmal hier Hash, beziehungsweise im europäischen Raum heißt die Hash ja eigentlich HEP. Und dann auch noch die Heat FS mit 320mm Pen. Die Hash mit 102mm Pen. Die Hash wäre ja schon gegnerische, leichter gepanzerte Ziele. Die Heat FS für alles andere. Ich würde mir da tatsächlich wünschen, dass Gaijin da so ein bisschen den Unterschied auch deutlich macht, dass die Hash im europäischen Raum eher HEP genannt wurde. Aber okay, das ist jetzt eher so ein bisschen Meckern auf hohem Niveau. Der gute Sharky macht's jetzt hier eigentlich genau richtig. bewegt sich hier in diesem Gebiet. Und dadurch, dass der Route 251 so eine schöne flache Silhouette hat, ist er eigentlich ideal geeignet, um genau an so einer Position, wie der Sharky hier jetzt steht, zu agieren. Ich weiß jetzt allerdings nicht, warum er hier jetzt nicht abgedrückt hat. Ich nehme einfach mal an, weil er Angst hatte, dass die Granate irgendwie im Busch hängen bleibt, weil er ja die Heat FS geladen hat. Auch hier nehme ich an, hat er den Gegner gespottet. Weil sonst kann ich mir nicht vorstellen, warum er jetzt hier nicht geschossen hat. Der Sherman da vorne brennt immer noch. Und auch hier nehme ich eher mal an, dass er versucht, hier den Spot aufrecht zu erhalten. Aber jetzt macht er es dann doch lieber selber. An der Stelle. Und steht jetzt hier an einer Position, die natürlich ihm gegenüber dem Gegner einen ziemlichen Vorteil verschafft. So, auf der einen Seite ist das jetzt natürlich so schon auch, ja, muss man schon sagen, schon auch, ähm, klar, irgendwie Spawn Camping. Aber auf der anderen Seite, ich muss euch ganz ehrlich sagen, andere Spieler nehmen auf euch auch keine Rücksicht, gerade in diesen offenen Maps. Und ich glaube, man muss tatsächlich wirklich immer noch weiter, genauso wie mit den Cheatern, muss man einfach noch offen über dieses Thema weiter reden. Denn, ähm, wenn man nicht drüber spricht, wird sich auch tatsächlich nichts ändern. Wobei, wir reden jetzt bei den Cheatern ja auch schon, ach, bestimmt schon, ich weiß es nicht. Ich würde jetzt mal behaupten, drei Jahre oder so, wenn nicht sogar noch länger, ähm, über dieses Thema. Und da interessiert es Gaijin nicht. Ähm, zum Thema Spawn Camping gab es ja schon mal was, wo Gaijin, ähm, den Schutzbereich der jeweiligen Spawns vergrößert hat. Ähm, auch da hat sich dann die Community beschwert, ähm, weil halt eben auch, ja, Spieler das sozusagen missbraucht haben, indem sie dann aus dem Spawn nicht mehr rauskamen. Also, es gab bei vielem so ein Für und Wider. Und man muss auch ganz ehrlich dazu sagen, ja, es gab genug Vorschläge. Dieses Thema Spawn Camping ist, glaube ich, schon so alt wie das Spiel selber. Teilweise versucht Gaijin dem entgegenzuwirken, indem sie die Maps ändern, ähm, so dass man eben nicht mehr vom einen Ende der Karte, äh, ins andere, ans andere schießen und auch gleichzeitig den Spawn damit behaken kann. Aber so ist halt auch der Spielstil des RU251. Nicht, äh, zum Thema Spawn Camping, sondern halt eben genau das, was Sharky hier gerade eben macht. Ja. Schön Sneaky Peaky irgendwo, äh, stehen. Er macht es auch genau richtig. Er sucht sich seine Ziele aus, fährt aus der Deckung raus, gibt einen Schuss ab und rückt zum Nachladen oder lässt sich zum Nachladen, äh, zurückfallen. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, die Gegner sind jetzt hier auch nicht die cleversten, denn Sharky steht schon seit gefühlt zehn Minuten an der gleichen Stelle und, ähm, es passiert schlicht und ergreifend einfach nichts. Die Gegner machen einfach nichts. Er steht hier direkt oben auf dieser Kuppe drauf, kann beschossen werden, und keiner der Gegner traut sich. Aber man sieht auch schon an sich hier in der Runde, es ging relativ schnell, dass der Gegner, ähm, zurückgedrängt wurde. Und man muss aber auch hier sehen, schaut's euch an, wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf gegnerische Spieler raus, fünf gegen sieben, das heißt, der Gegner führt sogar, schafft es aber trotzdem nicht, sich aus seiner Zwickmühle zu befreien. Da frage ich mich auch, ich weiß jetzt gerade leider nicht, ob, ähm, die Gegner Air Support in der Luft haben. Aber ich hasse auch die Ansichten in den Server Replays. Das hat alles nicht so richtig angezeigt, das könnte Gaijin auch nochmal wieder überarbeiten. So, ich nehme an, er versucht jetzt hier gerade einen Gegner zu spotten, der irgendwo hier auf seiner 12 Uhr Position steht. Wir haben hier auch eben gerade Abschussrauch gesehen. Schauen wir mal, steht da einer? Ah, da steht ein Kanavin mit dem Arsch zu ihm. Auch der wird sich denken, okay, halt, stopp. Aber gerade von hinten keine Chance mit der Heat FS. Wir sind schon bei 1695 Punkten, fünf Abschüsse. Boah. Okay, das war natürlich jetzt ein richtig bitterer Schuss für den T32. Dem Sharky da. direkt in die Seite geballert hat. Viele monieren ja auch das Battle Rating des Ru 251. Es sei viel zu viel zu niedrig. Der Ru 251 müsste höher als 6,7 eingestuft werden. So wie er ist, ist er angeblich zu gut. Ich sage, wenn man darüber nachdenkt, diesem Panzer entweder ein neues BR zu geben oder aber ihn in gewisser Weise anders zu ja, im Spiel zu integrieren, dann sage ich nein. Sondern das steht und fällt eigentlich eher damit, dass Gaijin endlich mal die Epochentrennung einführt. sodass halt eben nicht viele Zweite Weltkriegspanzer ja, auf Panzer der Nachkriegszeit halt eben treffen. Das ist immer noch mit eins der größten Probleme, finde ich, die das Spiel hat. Dass man hier tatsächlich mal wirklich anfangen könnte, endlich die Epochen zu trennen. Aber auch da ist Gaijin eher beratungsresistent. weil sie halt eben sagen, dass das aus ihrer Sicht heraus nicht so wirklich richtig funktioniert. Ich weiß zwar nicht, warum das der Fall sein sollte, aber in diesem Fall ja, müssen wir leider Gottes damit leben. Drei Abschusshilfen hat Sharky auch schon generiert. Sieben Abschüsse 2387 Punkte und in diesem Fall hier ist es mal wieder ganz klar, der Gegner hat absolut keine Chance sich hier irgendwie auch nur frei zu bewegen. Das liegt aber auch natürlich daran, dass Sharkys Teammates tatsächlich ebenfalls genauso gut agieren. Und genau hier jetzt an dieser Stelle finde ich hat Sharky genau die richtige Entscheidung getroffen. Jetzt endlich mal da hinten aus der Ecke raus zu fahren. Da gab es jetzt tatsächlich nicht mehr viel zu holen. Und sich mal in die Stadt zu begeben. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft ich hatte jetzt eigentlich eher gehofft dass er sich auf hier ist irgendwo ein Gegner hier ist gerade ein Gegner aufgeploppt hier hinter ihm glaube ich oder habe ich das jetzt noch falsch gesehen eigentlich nicht ja ich hatte jetzt eigentlich gehofft dass Sharky sich in Richtung B begibt jetzt fährt er hier wieder zurück klar hat er schon viele Punkte gemacht und auch viele Abschuss Hilfen gesammelt ich nehme an dass die entstanden sind durch aufgeklärte Ziele das war jetzt sportlich das war jetzt sportlich da hat er Glück gehabt dass der Canavan ihn da nicht beschossen hat obwohl er direkt in seine Richtung geguckt hat die Artie trifft auch noch hat nochmal getroffen ihr habt es gehört im Hintergrund ja hier stellt er sich jetzt direkt in den Busch und er macht es eigentlich genau richtig allerdings muss man dazu sagen auch hier stellt sich der Gegner nicht wirklich clever an aber das war jetzt wirklich gut sich in den Busch stellen und warten bis sich der Rauch verzogen hat ja und dann natürlich aus der Third Person herausschießen da vorne der BMP gehört zu ihm es ist auch auf der einen Seite dieses Replay abgesehen davon dass man hier sieht dass Sharky hier nicht wirklich viele Fehler macht man kann sich jetzt natürlich über den Stil streiten was Sharky hier jetzt macht ja bewegt er sich zu wenig dafür dass er so einen mobilen Panzer hat auf der anderen Seite darf man hier jetzt auch nicht vergessen der RU251 lebt halt eben auch so ein bisschen von seiner Spotting Funktion in diesem Fall und Sharky tut auch genug mit seinen 8 Abschüssen mittlerweile 2873 Punkten also wir gehen hier schon fast auf die 3000 Punkte zu sein Team arbeitet auch vollkommen in Ordnung der Gegner hier schon ziemlich niedergekämpft obwohl er relativ lange gut geführt hat aber auch hier seht ihr Sharky macht seinen Job richtig richtig gut trotzdem zeigt auch dieses Replay so nach wie vor ziemlich viele der aktuellen Probleme wenn ein Team tatsächlich ja aus ich würde jetzt mal behaupten aus ziemlich vielen guten Spielern besteht Sharky hier in dem Fall Level 100 der Cobra Hunter hier okay Level 48 Level 100 Level 23 obwohl das scheint hier alles ganz gut gemixt zu sein Level 100 was ist mit dem Kameraden hier Level 62 wie sieht es hier drüben aus Level 100 das ist jetzt nochmal eine Stichprobe Level 24 Level 100 Level 18 Level 70 also ich glaube hier ist tatsächlich ein guter ein relativ guter Mix zustande gekommen muss man halt eben einfach sagen sein Team ist hier momentan besser ja ihr seht das auch wieder es zeigt auch wieder ganz deutlich dass das Map Design in einigen Fällen in einigen Punkten tatsächlich wirklich immer noch grottig ist schöner Snapshot hier an der Stelle und auf der anderen Seite zeigt es halt eben auch wirklich durch dieses schlechte Map Design eben die Problematik mit den ungeschützten Spawns also es müsste irgendwas passieren irgendwas kommen und das kann man tatsächlich solange Gaijin noch nicht sich entscheidet einen aktiven Spawnschutz sprich also eine aktive Spawn Verteidigung irgendwo einzurichten kann es eigentlich nur über das Map Design kommen und das ist momentan ein Punkt der kommt einfach nicht beziehungsweise der kommt nur sehr sehr schleppend ich glaube an irgendeiner Stelle in irgendeiner Map ich meine es war Vietnam kann mich aber täuschen hat Gaijin jetzt wieder Bereiche geändert dass man halt eben nicht direkt in den Spawn reinschießen kann aber hier jetzt an der Stelle wobei das war jetzt sehr optimistisch Shaki muss man halt eben einfach sagen da muss mehr von Gaijin kommen und ich bin mittlerweile so weit dass ich sage äh zumindest was diesen Beschuss in und rund um den Spawn angeht dieses direkte nach vorne fahren und dann auf dem oh nee oder das war doch jetzt da muss ich gestehen hatte Shaki jetzt verdammt viel Glück ah der galt sogar nicht mehr die Runde war dabei schon vorbei ja also hat Shaki hier noch richtig viel Schwein gehabt ein Gebiet erobert neun Panzer abgeschossen drei Abschusshilfen generiert 3.350 Punkte und am Ende noch mal richtig Glück gehabt gegen den FV 4202 hier ähm Shaki dir vielen Dank dafür ich könnte mir vorstellen dass dieses Replay tatsächlich ja für viel Diskussionsstoff sorgen kann denn auch wenn ich Shaki persönlich kenne äh weil er halt auch schon diverse Male miteinander gefahren sind und halt auch weiß ähm wie er spielt muss man halt eben einfach dazu sagen dass halt dieses Replay viele viele Probleme die das Spiel Gameplay mäßig hat aufzeigt uns noch mal vor Augen führt ich denke hier brauchen wir auf keinen Fall Shaki direkt dafür sag ich jetzt mal ja ich nenne es jetzt mal so direkt zu attackieren absolut überhaupt kein kein Thema ich hatte es eben gerade schon gesagt das Ding ist eher dass ja hier viel viel mehr von Gaijin kommen muss weil eben einfach zu viele Maps immer noch so sind dass man hier einfach quer drüber ballern kann beziehungsweise die Spawns viel zu offen sind und somit gleich schon tatsächlich ja ein wirkliches ich nenne es mal Ungleichgewicht entsteht auf gerade jetzt hier hier schießt man von oben quasi runter wenn es jetzt wenn man jetzt auf dieser Seite hier spawnt habt ihr hier so einen kleinen Hügel ja da schießt man quasi runter die Gegner müssen hier hochschießen müssen hier über die freie Pläne rüber also es ist tatsächlich nicht ideal und nach wie vor würde ich mir wünschen dass da noch ein bisschen mehr kommt in Sachen Spawnschutz aber wie gesagt ich nehme nicht an dass Gaijin sich diesem Problem in nächster Zeit annimmt ist halt eben genau das gleiche wie mit den Cheatern ich hoffe euch hat das Video gefallen wenn ihr mir auch ein Replay zukommen lassen wollt dann schaut einfach bitte in die Videobeschreibung ansonsten würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen und wenn ihr in Sachen War Thunder auf meinem Kanal nichts mehr verpassen wollt einfach auch gerne ein Abo da lassen Glocke aktivieren nicht vergessen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder ich sag danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal macht's gut euer euer Ray Boon 11 11 11